Hallo und herzlich Willkommen zur 104. Folge unseres Jacket in 3.3 Let's Plays mit der Palci. Wir haben in der letzten Folge die Schmetterlinge, die Biff in AA-8 ans Leder wollten, eliminiert. Die Überlegung war ja zuletzt, was wir mit dem Trupp jetzt machen. Also bei dem Trupp ist klar, der Echo-Trupp hier unten wird auf jeden Fall die Milizen noch zu Ende ausbilden. Und die trainieren nur, das ist okay. Überlegung dann halt, ob man noch wartet, bis Grunty und Vicky da sind, um die trotz der vier reduzierten Schilde immer noch sehr große Garnisonen von 13 Personen dann mit sieben Leuten, nicht nur mit fünf, angehen zu können. Das zum Süden Norden, Biff ist sicher. Hier sind jetzt zwei Schilde runter, weil ein Angriffstrupp Richtung Ernie unterwegs ist. Und die Überlegung war ja, ob man jetzt erst Pantagoel macht oder sich erst mal hier kümmert. Mein Bauchgefühl sagt Pantagoel, um die Loyalität durch die Kämpfe da mitnehmen zu können. Ich habe aber keine Lust, mich mit dem Angriffstrupp da auseinanderzusetzen. Andererseits ist es so schlimm, das sind acht Leute, wir sind fünf. Gut, andererseits, wenn man den Pitstop macht, wird ja die Garnison auch schon geschwächt. Aber Pitstop würde Loyalität für Pantagoel bringen, bin ich der festen Überzeugung. Also ich finde es schwierig, das ist keine Sache. Ich habe zwischen den Folgen auch schon überlegt, mich eigentlich für Pitstop entschieden, aber diese Loyalität, die man durch die Kämpfe kriegt, wie kriegen wir sonst die Loyalität da hoch? So. Und dann gehen wir mal in den Sektor. Würde mich überraschen, wenn wir da diesmal keinen Kampf hätten. Pitstop. Es ist immer noch Nacht. Wie geht es um einen Seite-Job zu machen? Ich fühle mich zu verständlich, wenn ich nur eine Sache mache. Umsehen können wir uns später immer noch. Ähm, Meldung. Wechseln auf. Das MG erstmal. Okay. Siehst du, du hast die Busschen, die Bugheads kommen aus. Ach, da haben wir sie doch schon. Fünf Kopfschüsse sollen wir erzielen. Das sollte doch möglich sein. Ich versuche jetzt, die Felsen hier zu erreichen. Denn davor ist schildfreies Feld. Okay, kommt mal hier hin, damit ich dann in Ruhe die Leute platzieren kann. Da sind Mechaniker. Alter, bin ich gerne da. Die Pitstop-Gang. Jetzt geht's los. So, kriegen wir jetzt angezeigt, wie viele das sind? Ne, kriegen wir nicht. Ich werde versuchen, dass es schwer zu sehen wird. Gehen. Still undetektiert. Gehen. Barry, Barry hat auch einen Stufenaufstieg, sehe ich gerade. Habe den wir am letzten Mal verpasst. Stufe 5 ist er jetzt. Barry Sprinter geben wäre nicht schlecht. 15 Eifer bei Nahkampf, sehe ich nicht. Ne, hier in der Gesundheit sehe ich Barry nicht. Sprinter ist eine Option, in der Tat. Um danach Stürmen oder die blitzschnellen Reflexe geben zu können. Kein Schadensabzug für Schüsse auf Arme und Beine, finde ich auch nicht so übel, aber was kommt danach? Na, sehe ich nicht. 30% zulässige Crit-Chance mit Nahkampfwaffen und Schusswaffen auf Nahdistanz. Das wäre ja seine Schrotie. Hälfte der Gratis-Bewegungsreichweite. Was hat denn der für eine Rüstung? Der trägt schwere Rüstung. Also das würde ihm Gratis-Bewegungsreichweite geben. Sprinter lohnt nicht, weil er keine leichte Rüstung trägt. Aber hier könnte er das Stürmen oder die blitzschnellen Reflexe bekommen. Aber Barry ist doch beinhart hier, so. Mehr Beweglichkeit für Barry. Ein Schuss lohnt nicht. Ne, überwachen auch nicht. Dann mach ich da mal lieber Deckung, Meltdown, ähm, Livewire. Ich glaube nicht, dass das... Das ist hoffnungslos hier. Gucken wir erstmal die Optionen durch jetzt. Flay, wie sieht es aus? Komm, probier's. Das war leider nix. Das war leider nix. Das Wind hat mein Schot. Es ist die Bane der Anteren überall. Ich habe halt Angst, dass ich die Mechaniker da treffe. Bau auf da. Und dann zu. Und dann zu. Das ist auch schon mal schwer verletzt. Mal sehen, was er dazu sagt. Ja, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Dann kommt nämlich Livewire. Sag nicht, dass der noch einen Nahkampfangriff rauskriegt. Livewire hier. This is no problem. No problem. Ja, ja. Wir sehen alle, wie das no problem für dich ist. Jeder hat's gesehen. Du bist die beste Livewire. Flay, komm. Ah, der läuft natürlich Risiko. Da liegt Meltdown dazwischen. Mist. Weg dich mal dahin. Kopfschuss. Na also. Warum hat denn der vorhin nicht als Kopfschuss gezählt? Oder hat er eben nicht in den Kopf getroffen? Beweg dich wieder dahin. Macht dich wieder unsichtbar. Und dann, falls von da was kommt. Meltdown ist okay. Und du kannst Flay mal verarzen. Und dann zu Ende. So, Flay wird dann. Flay war ja dann auf die Position. Flay war ja dann auf die Position. Großer, aber wie weit kann's denn die nicht sehr weit? Gartesbewegung ist da. Flay würde ich eher in die Richtung überwachen lassen. Flay würde ich eher in die Richtung überwachen lassen. Und dann Barry hier. Flay hat mich echt gefährlich, wie der Meltdown da postiert ist. Bei den Mechanikern. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Und fünf Kopfschüsse sind, glaub ich, auch schon nicht mehr drin. Flay. Das ist gratis. Probieren kann man's ja trotzdem. Und jetzt zwei. Rosa ist verborgen. Also diese gratis Bewegung. Ich find... Oh, Rocketman. 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 Das war's auch. Wie viele Gegner waren das Wandel? Ja, fünfe waren's wahrscheinlich. Aber es ist ja überhaupt ein Kopfschuss drin gewesen. Steh mal auf und Meltdown. So, dann können wir uns jetzt umsehen hier. Sollte ja jetzt... Genau, ist nur noch ein Schild drauf. Wissen aber aktuell nicht, wie viele Gegner da sind. Okay. Aber weiter mit der Untersuchung hier. Sektor. Wir wollen doch alles haben. Wir brauchen auch alles. Wir brauchen auch alles. Tyler, in my mood. Tyler, in my mood. Let's go, ja? Okay. Flackhose gepolstert. Gibt die mal Rosa? Hat jemand keine Flackhose? Nee, haben alle. Hier, Berry. Berry Unger. Ups, da hab ich so einen Rest von sich genommen, ne? So. We move with certainty. Livewire here. Presently in attendance. Ein HK21. Acht mal 10. Das hier macht 10 mal 8. An sich wär das besser. Hm. Aber es ist auch in schlechtem Zustand. Erstmal nur einpacken. Berry Unger. Da ist noch mal ein Metall. Da auch. Oh, Explosive Falle. Das ist was für Berry. Device disarmed with precision. Hm, HI-Rakete. Äh. Achso, das ist ja eh im Metall. Hello. Heading out. So, ist hier noch was drin? Nö. Ready. Ja, ja, der war ein Vampir. Ja, das kennen wir auch schon. I hear you are actually paying Miners. My wife told me that you hire workers. I'm very well. Is it true, the slave masters of Diamond Red? Are you the ghostbusters that lifted the... The end is night. I hear you are actually paying Miners. I hear you are actually paying... Are you the ghostbusters that lifted the curse on the mansion? Aber ja, wir sind Geisterjäger. Yes. So. Hätten wir doch das hier auch erledigt. Hier könnten wir jetzt sogar, ähm... Munition herstellen. Frage will ich das. Nö. Ähm... Carlinas Vertrag läuft aus. LifeWire. Meltdown. Steroid Buns. Ähm... Fangen wir doch mal... Machen wir doch mal kurz ein bisschen Truppmanagement. Ähm... Meltdown. Klaro, du bist die Beste. Okay. I'll stick around. You keep giving me targets and I'll keep giving you bodies. So, das hätten wir... Carlinas. Carlinas. Aktuell würde ich sagen, ist sie noch unverzichtbar. I just remembered when the last full moon was. This means my contract is at an end. Rino? Genau, erst mal nur sieben Tage. Ura! More adventure! Dann... LifeWire? Hello! You know, the sweets here aren't as bad as I thought. Anyway, my contract needs to be extended. How about it? I am truly happy we... So, hätten wir auch. Und dann die einzige Person an der Steroid und Buns. Buns auf jeden Fall. Buns... Achso, maximal fünf Tage. Okay, das heißt, wir haben alles verlängert, was verlängert werden musste. Das ist schön. Dann können wir jetzt auch mal Schnellspeicherung machen. Ähm... Die sind immer noch dabei. Und... Hier haben wir jetzt nur noch ein Schild. Ähm... So, jetzt ist die Frage, gehe ich über B10 nach C10 oder über C9 nochmal? Ich weiß halt nicht, was hier in dem Sektor los ist. Zumal da auch noch ein unterirdischer Bereich erforscht werden kann. Neugierig bin ich, aber... Curiosity killed the cat, ne? Ähm... Und jetzt wären die weg. Wir hätten also, wenn wir nach Süden gehen, wieder beide Optionen. Sowohl Pantaguel, auch Camp Grand Prix oder wie es hieß, offen. Wenn ich aber nach Osten, B10 gehe, wäre die Option eigentlich für Werk, dann... Ähm... Und eigentlich bin ich auch gezwungen, den unterirdischen Sektor dann zu erkunden. Und... Aktuell läuft es eigentlich recht gut, obwohl wir nur mit Fünfer-Trupps unterwegs sind. Nein. Wir bewegen sie dahin. Das ist die Vernunft-Entscheidung. Vernunft hat über die Neugierde gesiegt. Soll ja auch mal vorkommen. So, da ist die Milizausbildung beendet. Und... Das ist schön. Ähm... Kalina repariert aber noch in dem Trupp. Es ist aber auch gleich durch. 15 Minuten. Die warten wir auf jeden Fall. Das hier können wir ja abbrechen. Das ist nur Training. Steroid trainiert MD. Die Frage ist jetzt, wie lange brauchen... Vier Stunden. Vier Stunden. Dann müssen sie noch mal fahren. Das war, glaube ich, eine Stunde pro Seesektor. Also zwei und dann noch mal 40 Minuten. Das heißt, die werden auch in acht Stunden werden sie hier. Und könnte dann mit mindestens sechs Leuten, vielleicht sogar sieben, die Legionsgarnisonen angehen. Die Überlegung wäre sogar, ob man Steroid zu Fuß alleine in Sektor D9 bringt. Denn er soll ja jetzt in den Charlie-Trupp. Das hängt eigentlich davon ab, ob... Also um wie viel wir die Garnisonen jetzt schon reduziert haben. Denn wenn der Trupp eh noch zur alten Tankstelle muss... Wie müde ist ein Steroid eigentlich? Geht. Wann ist der Trupp da? In 53 Minuten. Lassen wir laufen. So, es sind jetzt schon nur noch zehn. Rocketman. Scharfschütze. Zwei MG-Schützen. Zwei Überfallanführer. Und vier Marodeure. Das finde ich gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Wäre tatsächlich die Überlegung wert, ob man das nicht gleich macht. Denn das finde ich nicht besonders erschreckend. Das heißt, wir könnten Steroid aus dem zweiten Trupp jetzt hochschicken. Warten dann auf Vicky und... Grunty für den südlichen Trupp ist das zwingend notwendig. Man könnte Steroid genauso gut hier hinschicken. Da lagen ja auch noch... Ne, nicht die Option da. Sieben Gegenstände. Unter anderem nochmal Diamanten. Ah. Da hat Larry tatsächlich mal was gesagt. Sein persönlicher Finanzberater. Ähm, nein. Ist für mich okay. Das Ding kenne ich eh nicht. Das heißt, jetzt ist wieder die Frage Pantagoel oder... Hatten wir das nicht Ende der letzten Folge auch schon, wo ich mich entscheiden musste, Pantagoel oder den Außenposten anzugreifen. Hmm. 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 Kontrolle über den Adjani. Oder Pantaguel und dann Loyalität aufbauen. Ich meine, wenn die hier so einen Angriffstrupp nochmal ausbilden, der wird dann mit Sicherheit Richtung Pantaguel gehen. Also wenn wir die Option Pantaguel wählen. Die könnte man mit Sicherheit auch weg machen. Also Tankstelle sehe ich nicht. Ich glaube, es waren vorher zwölf in der Garnison. Wenn wir jetzt die Tankstelle machen, sind sie wahrscheinlich nochmal zwei weg. Ja, wäre schön. Aber ob das nun acht oder zehn sind. Okay. 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 Alle Operationen beenden. So. Dann. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Man soll es nicht für möglich halten. Wie lange braucht Steroid denn? Ach, der fährt schon über den Fluss. Ach so, da wird es ja zum Kampf kommen. Nee, er soll nicht über den Fluss fahren. Steroid braucht 21 Stunden bis zum Flüchtlingslager. So, das heißt, ihr, da ist die Entscheidung gefallen. Jetzt bewegt euch nach da. Während sich der... Was macht denn der Echo-Trip in der... Trip. Ihr hört das bestes Jenglish hier bei Palsy im Kanal. Der Trip. Was machen wir mit denen denn? Wie sind denn die jetzt aus? Die können wir ja jederzeit auch nochmal ins Gasthaus stecken für 18 Stunden. Und ich weiß nicht, jetzt für in den drei Stunden denen irgendwas zuzuordnen. Oh, das sind halt drei Stunden und dann nochmal vier Stunden, bis die da sind. Nee, nochmal dreie. Ortet man denen da was zu oder lässt man ihnen einfach ein bisschen Ruhe? Ich lasse ihnen Ruhe. Macht da gar nichts. Und dann weiter. Grunty und Vicky sind hier unten eingetroffen. So, das ist schön von ihnen. Nur, dass da niemand mehr ist. Ihr fährt jetzt nämlich dahin. Ach, 6 Stunden 40 sind das. Ach, kommt, macht einfach 6 Stunden. Das dauert ja ganz schön dann, ne? Von hier nach hier sind das nur 40 Minuten. Bei Seesektoren habe ich eigentlich gedacht, das wird nur eine Stunde dauern. Da habe ich mich ja gut verkalkuliert. Weiter. So, das heißt, wir können jetzt Grunty und Vicky in den Trupp eingliedern. Und gucken dann hier ins Sektor-Inventar. Wir könnten doch mal auf den Markt runter, fällt mir gerade ein. Vielleicht gibt es da ja neue Sachen. Und neu ist gut, ne? Ne, stimmt eigentlich gar nicht. Neu ist nicht immer gut. Sprengkörperbassler, was hat der? Mollys. Modifizierte Auto 5, eine MP5K, gab es hier nicht irgendwie teilweise Glocks? Sanitätskasten. Sanitätskasten, ach komm, Sanitätskasten kann nicht schaden. Da, gekauft. Mollys. Mollys. Ähm. Mollys. 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 Mollys.